jollo was glaubt angemeldet am start heute mit einem neuen youtube video wir befassen uns diesmal mal wieder mit dem paladin aber dieses mal kommt der physical sealer dran ein sehr alter chart den schon sehr lange gibt er durch den 1 10er und danach die patches immer weiter entfernen gerückt ist durch den bone break charm ist er aber tatsächlich wieder bisschen besser geworden er macht auch wieder mehr der match und wie der ganze chance zeige ich euch gleich bevor wir ins video reinsteigen würde mich natürlich mehr gewann da nach oben freuen und ein abo wenn euch das video generell gefällt ich habe außerdem noch einen discord könnt auch gerne vorbeikommen und ist die firma die woche auf twitch montag donnerstag 20 30 23 uhr freitag samstag 23 30 nachts kann auch gerne vorbeikommen würde ich mich mega freuen da ist auch immer was los so dann gehen wir doch direkt mal rein und zwar fangen wir auch direkt schon an mit den skills was habe ich geskillt das ist ja eigentlich relativ straight forward ihr es gilt einmal seal max dann skill der sacrifice max für den damage vom ziel dann macht ihr erstmal nur einen punkt in der holy schalt rein am anfang dann der klar fanner max blast a max für blazed aim für das attack rating passive ihr seht ihr kriegt 100% passive attack rating was sehr geil ist und fanner einfach für den ias und für den damage und defensiv auras nur vigor zum movement speed so wenn ihr dann alles geskillt habt habt ihr dann noch genau 20 punkte frei mit 79 und können die letzten 20 punkte dann in holy schalt rein machen oder wenn ihr auch wollt vielleicht in defiance je nachdem was euch mehr gain bringt ich habe mich jetzt für holy schalt entschieden so dann gehen wir gleich zu den stats hier ist eigentlich alles wie immer ich habe mich entschieden nur so viele punkte in stärke zu geben wie wir auch benötigen für die items können natürlich mehr machen wenn ihr noch mehr damage machen wollen ich finde der damage reicht aber genügend aus wie ihr gleich seht decks wie immer für max block ich habe jetzt ein bisschen mehr rein weil ich habe es geskillt bevor ich tatsächlich holy schalt auf 20 habe das heißt ihr braucht da vielleicht sogar ein bisschen weniger und den rest in vitality so jetzt kommen wir aber zum interessanten part und zwar ist kommt jetzt der skier ran ne also klar als waffe grief ist eigentlich no brainer ne der damage ias alles rum und dran ist einfach viel zu gut damit die demons also auf dachis zeigt das ist ja so die eiligen wollen mich sau des meelies den grief nehmen wenn ihr vielleicht kein geld für grief habt kein currency könnt ihr euch vielleicht auch entscheiden entweder ein crescent moon zu nehmen ist eine günstige alternative für das static oder ein oath zu nehmen ja ihr könnt vielleicht auch als alternative das zum beispiel nehmen ich finde aber grief tatsächlich am besten so als helm ist tatsächlich cool ist das beste ich habe ihn mit einer umrunde genommen denn wir werden uns gleich die resis noch angucken hat auch alles was man möchte chance aggression glow deadly strike hat noch stärke dev sieht sehr geil aus hat noch fast recovery mitnehmen so als amulett habe ich mich tatsächlich für highlights entschieden da gibt es drei optionen die jetzt brauchte nicht denn ihr werdet gleich sehen mit panna braucht er tatsächlich nur neun ias vom gear das heißt ihr spielt hier bei dem char gar keine rolle ich habe mich aber für highlights entschieden wegen dem deadly strike und dem skill ihr könnt natürlich auch überlegen wenn ihr die fortitude variante nehmen ob ihr katz walk benutzt für den für für die fast run walk da habt ihr 30 prozent fast run walk außerdem 20 prozent bonus attack rating oder eine art mascarabeos müsste es sein für den amp für chance auf amp damage da die chance aber relativ gering ist und ich einen reaper solar aufmerk habe ich mich für highlights entschieden so jetzt kommt es zum schild das ist in der sekretage drin sollte eigentlich in einem sekretage am besten mit einem 45 all rest base sein nicht mit damage denn ihr seht ihr braucht die resis davon was wieso habe ich mich für phoenix entschieden ganz einfach es hat 400 prozent idee es gibt einen megamäßigen boost dann gibt die level 15 dem schnauer die gibt uns sehr viel live und mana wieder 100 live 10 max lighting rest 15 max fire rest fire absorpt das sind alles sehr geile stats deswegen finde ich ist phoenix hier das beste schild man kann sich vielleicht über exxile streiten oder vielleicht über exxile überlegen aber tatsächlich durch den live der brock von exxile überschreibt er immer wieder den decrap oder amp damage deswegen würde ich euch tatsächlich phoenix phoenix ran oder vielleicht wenn er keinen currency investieren wollte phoenix auch eine herr roll auf zack herum auch eine sehr geile seite so als rüstung ist jetzt so die frage was möchte ich machen ich habe mich tatsächlich für nie mal entschieden um ein bisschen mobiler zu agieren denn was das problem ist wenn ich mit fortitude rumrennen und ich mit charge quasi durch die gegen renne dass mein merk immer sehr weit von mir entfernt ist und ich deswegen nicht so oft die grab auf die mobs draufkriege und den quasi immer so leiten muss mit er nie mal kann ich dann einfach ganz einfach neu positionieren und das gibt mir einfach noch viel mehr kontrolle über das ganze natürlich ich habe jetzt keine fcr drauf aber ich finde es dann doch ganz nice mal wieder über klippen zu tellen und gibt auch noch zwei all skills faster on walk vor allem also ja ihr könnt euch natürlich auch überlegen ob ihr fortitude nimmt das hat auch mal 300 prozent idee wenn ihr jetzt gar kein tele braucht ne ist auch sehr gut aber tatsächlich finde ich enigma sogar bisschen geiler denn die stärke teleport faster on walk zwei zu all skills live nach kill deswegen würde ich euch empfehlen nehmt einfach enigma so natürlich wenn ihr zum beispiel noch nicht die currency für enigma haben könnt ihr zum beispiel principal heißt glaube ich tree tree nehmen obwohl ihr die ihr es nicht braucht vielleicht für ein bisschen mehr dev habt ihr könnt ein bisschen rumprobieren aber so die main item sollten enigma und fortitude später sein so dann als boot go rider auch man eigentlich gar nicht so weit ausweiten ist für physical natürlich immer sehr geile boots crushing blow deadly strike open wounds alles was wir haben wollen so als ein fcr als ein ring habe ich mich für ein du leech ring entschieden die fcr sind ja eigentlich relativ egal und noch ein paar resis drauf den habe ich jetzt einfach genommen weil ich den irgendwo rumliegen habe also am besten was optimales ist du leech dann noch live und attack rating deshalb also und natürlich paar resis dazu so als und als welt habe ich mich für string of ears entschieden einfach wegen dem live leech und dem damage reduce das gibt euch einfach noch mal eine komponente der dev dazu und zusammen mit phoenix habt ihr dann seid ihr auch dann sehr gut gewappnet als zweiten ring der wie immer raven frost keine frage ist einfach das ja non plus ultra als mili und als handschuh tatsächlich auf fans wegen nicht wegen den nieder sondern wegen den 350 prozent damage to demons denn wirklich die viele mobs sind auch damage to demons und da das ganze auch physikal ist bringt es sehr viel und deswegen finde ich ja auch dass die besten handschuhe natürlich man kann sich überlegen und man craftet klopfen mit crushing blow oder sowas könnt ihr entscheiden ich finde tatsächlich länger fans am besten im offslot habe ich dann noch cth und spirit einfach für mehr live ne so dann im inventar eine torch ein annie und hier in den bone break da natürlich fokussieren dass sie nun zehn prozenter kriegt das jetzt offline deswegen ist es auch noch der alte jump war sie aber schauen dass sie so nah wie möglich an die zehn prozent reinkommt denn ihr könnt die den physical reaction nicht so gut ausgleichen natürlich kann ich überlegen bei dem gulli statt nach oben vielleicht eine bärrunde zu nehmen für damage reduce aber auch nur wenn ihr die können sie übrig haben so dann noch neben dem annie und neben dem torch der rest der inventar sind max damage charms das sind zwar 3 20 20er aber tatsächlich ist es besseres sogar 10 max damage grand charms denn da bekommt ihr noch mal ein bisschen mehr damage raus und die sind tatsächlich gar nicht mal so teuer wie jetzt 3 20 20er klar mit viel live werden die auch so um eine low um ungefähr kosten aber ja ihr könnt auch da günstigere mit nur 10 max damage und attack rating kriegen dann geht es auch alles ganz gut und den rest einfach mit max damage und live charms füllen so dann kommen auch zu merck der merck hat ein repastol wie seine wenn ihr ganz wichtig wenn den art mascarabeus ihr habt dann nimmt kein repastol sondern die die waffe die euch konz gibt mir fällt es gerade nicht mal ein bright genau nimmt bright wenn ihr ein art mascarabeus habt ansonsten repastol denn der haut es ziemlich oft drauf und ich benutze tatsächlich auch lieber repastol denn 33 prozent chance ist viel höher als fünf prozent und das progt nicht so häufig tatsächlich deswegen habe ich mich für die übers toll war ganz entschieden so als arm oder noch fortitude und das ganze wird abgerundet von einer andys visage ist natürlich optimal ein feieres ihres juwel drauf des gutes aber durch die fan aura von euch selber hat euer merck auch sehr viel grund ihres und braucht eigentlich auch gar nicht so viel ihres so von ihr ist gesprochen kommen wir zu den stats wie es gerade erwähnt habt ihr braucht durch fanner theoretisch nur neun ihres damit ihr auf zum max break plan kommt das ist relativ einfach erreicht deswegen braucht euch gar keine gedanken um ihres machen gibt außerdem relativ gute resis 85 prozent resis durch die max resis dann noch 81 prozent lightning resis max cold resis 35 prozent supergut ihr habt außerdem zwölf live leechs sieben mana leech ihr habt magic damage deduce ihr fist damage deduce ihr habt sogar ein bisschen mf ihr habt 75 prozent fast and walk fast and jkw also ihr seht schon das ist ein sehr cooles tool kit 535 prozent damage demens ignore target defense also ich könnte hier noch viel weiter machen ihr habt alle wichtigen sachen die ihr benötigt das ist quasi auch ein sehr also wie gesagt er ist ein guter allrounder und ich habe tatsächlich gemerkt er ist im p8 sogar besser als ich mir selber gedacht hatte also so gerade so was rein physical melee angeht ist er glaube ich tatsächlich so das coolste und kann man es gleich mal angucken ich finde es jetzt auch einfach am nicesten aus ok das ist natürlich gar nicht wie ich ranzoomen egal dann gehen wir doch mal rein vor allem noch kurz reingehen ich möchte euch einmal p8 showcase zeigen und p1 showcase ne ihr könnt damit wie gesagt sehr gut auch in terror zone farmen und deswegen steigen wir jetzt einfach mal direkt rein in p8 ps hier normal bo er hat 2,8 k live auch super ah genau was doch erwähnen wollte ne tatsächlich wir gehen hier aufs ziel ich habe hier 10.000 ziel attack rating da dadurch treffe ich die mobs zu 90 prozent klein terror zone ist es noch mal ein bisschen anders aber nichtsdestotrotz treffe ich die mobs hier sehr häufig und ihr seht auch ne ist es p8 also die mobs fliegen sehr gut um klar ihr habt zum beispiel nicht so einen krassen ae damage wie mit einem tesla dienen oder so oder mit einem aura dienen oder mit einem caster generell aber ich finde der macht sehr viel bock er macht dafür sehr viel damage auch also ne ihr seht schon macht sehr viel single target damage das ist hier p8 ich kann mich hier durchtehlen und kann wunderbar die ganzen mobs töten wir sehen jetzt aber mal kurz so weit ihr könnt natürlich wenn ihr wollt auch den op slot benutzen wo wir sehen jetzt einfach mal hier hin machen dann gleich noch asylbosse und kindern diablo dann zeichnet das ganze noch mal in p1 wie gesagt da ist jetzt nicht so geeignet für massen farmen wie zum beispiel oder sowas aber er ist tatsächlich auch für test oder so ist er dann ganz cool auch einfach zu den ziel sind vorne wie gesagt ihr seht ihr habt euch den fire top habt ihr so gut wie gar keine probleme bei infektor so das ist sehr cool macht sehr viel bock so da kann ich theoretisch auch in den faktor rein stellen und ihr werdet da keine probleme haben von der damen ist natürlich immer wieder aufpassen weil es heißt als und so die hauen ziemlich ekelhaft rein aber jetzt auch hier geht relativ da gut durch so und jetzt noch das letzte so jetzt noch hier die mobs killen kann wie sie auch direkt aus der latschen so ne also er macht sehr gut der mensch links ja ich finde den single-target damage sogar noch mal krasser als beim tesla di ne weil ihr halt wirklich alles auf physical geht wie gesagt in der ae ist der tesla di natürlich besser aber amt nichts der trotz ist eine runde sache ist jetzt auch gleich der damage ne sobald da mal die kraft drauf ist der geht relativ gut runter und wie gesagt war sehr überrascht so das war der p8 showcase ihr trefft diablo mit 82 prozent was ich finde jetzt nicht so wenig ist und jetzt schauen wir uns das ganze noch mal nur kurz auf p1 an denn eigentlich ist auch p1 wahrscheinlich das meiste was sie fahren gut wenn jetzt zum beispiel terrorzonen farmt seid ihr natürlich oft in der gruppe unterwegs aber auch so ihr seht schon da fallen die sogar noch schneller um so wird jetzt aber mal kurz zum sie wenn man jetzt quasi so das ist das ziel popping und da zeige ich euch auch gleich wir sollten uns oje eigentlich reinstellen können ja wir sollen uns reinstellen können und seht ich werde einfach komplett hoch gehielt natürlich den fireabsorb super geile sache so erzählen tellen ne ihr seht schon also p1 jeder sehr gut ab tja ja er ist also er ist ein bisschen teurer ne er braucht grieve er braucht phoenix er hat also er hat was heißt er braucht er hat phoenix er hat grieve und er hat enigma aber tatsächlich kann man das auch alles ohne das spielen so wie ich gesagt habe statt phoenix kann man herol nehmen hier kann man vielleicht ein principle nehmen vom paladin hier kann man einen oath oder den crescent moon nehmen und klar er macht da nicht so viel damage aber er ist trotzdem noch sehr passabel und geht sehr gut ab bis gesehen p1 rattert er auch ziemlich krass durch so ich hoffe ich konnte euch einen sehr coolen char zeigen ne jeder zeugt immer nur java zone und lightning sorg und hammer den so jeder ist irgendwie immer nur auf diesen main char hype oder so ich würde euch auch immer oder ich zeige euch natürlich auch immer gerne chars die auch ganz cool sind die auch gut funktionieren ne aber die halt einfach nicht so nicht diese ultimative fahrmaschinen sind aber mit denen man auch gut auskommt so mein fazit dazu wie sie auch schon oft gesagt haben ne paladin ist sowieso meine lieblings klasse und allein der look von dem char die vielen augen und mili generell finde ich super geil deswegen zockt ihn wir haben ja alles mit dem wir haben live leech wir haben man leech wir haben redemption aura für live und mana gain wieder wir haben damage reduce also ne haufenweißig not target defense pipapo ich hoffe ich konnte euch mal wieder einen coolen bild zeigen ne wenn euch das video gefallen hat gerne daumen nach oben lassen und wie am anfang erwähnten aber außerdem könnt ihr gerne in die kommentare schreiben was ihr vielleicht als nächsten guide oder so sehen möchtet oder was euch interessiert oder was ihr vielleicht aktuell spielt und was ihr ne ob ihr leider spielt oder nicht so dann bis zum nächsten video ciao